An unsere innere Weisheit zu kommen und Antworten zu finden auf Probleme oder auf Alltagssituationen, wo wir gerade nicht weiterkommen, kann manchmal ziemlich schwierig sein. Wir hören ja oft, alle Antworten sind in dir, alles was du im Außen suchst, findest du in dir und dann ist es in der Umsetzung dann doch so schwer. Was mir immer geholfen hat die letzten Jahre, ist mit meinen Träumen zu arbeiten. Das bedeutet, wenn ich morgens aufwache, ich vergesse immer meine Träume, bleibe aber fünf Minuten noch liegen oder sogar weniger. Lass aber die Augen geschlossen, denn damit bleibe ich noch in meinem Unterbewusstsein ein Stück weit und warte einfach. Je mehr ich dränge, desto weniger sehe ich und desto mehr ich loslasse und entspanne, weil es kein Muss ist, desto mehr ploppt hoch und dann kommen meine letzten Träume hoch. Und die schreibe ich mir auf. Ich schreibe nicht alles ganz genau, sondern mache mir Notizen zu meinem Traum, lasse es erstmal in meinem Kopf nochmal abspielen, dann schreibe ich es mir auf. Und dann gehe ich einfach in meinen Alltag. Und das Spannende ist, dass wenn ich mir diese Träume, die machen oft keinen Sinn, wenn ich mir die dann im Nachgang durchlese, sehe ich, dass da Botschaften für mich dabei sind. Lösungsmöglichkeiten, Blockaden, Glaubenssätze, die ich mit mir trage, werden mir gezeigt. Aber auch Dinge, die dann in der Realität passiert sind. Also ich hatte vor einigen Monaten einfach mal so Spaßes halt bei meinem Träumebuch in die Hand genommen und habe durchgelesen und habe mich erschrocken, weil da ein Traum drin war, der dann vor kurzem erst passiert ist. Das heißt, ich habe es vor, keine Ahnung wann, geträumt. Und es ist dann Realität geworden, dieser Traum. Und es war jetzt nichts wirklich Positives. Aber ich hatte einen Hinweis in dem Traum darauf, dass das und das gerade am Passieren ist. Es war im Hintergrund sind Dinge passiert, von denen ich gar nicht wissen konnte, dass sie passieren. Aber im Traum wurden diese mir gezeigt. So, also mit Träumen kann man sehr gut an seine inneren Antworten kommen. Und es gibt noch ein anderes Tool, das ich nicht ganz so oft mache. Und das ist das Seelenschreiben. Das Seelenschreiben ist, dass man einen Stift in die Hand nimmt und 20 Minuten durchgehend schreibt. Ohne den Stift einmal vom Blatt abzunehmen. Ich finde es sehr schwierig, weil mir oft erst mal nichts einfällt. Aber dann, wenn einem nichts einfällt, schreibt man einfach, mir fällt gerade nichts ein. Ich finde es ganz komisch. Ich sitze jetzt hier und schreibe und schreibe. Und dann fallen dir wieder Gedanken ein. Es werden Dinge auftauchen, die du gerade absolut nicht auf dem Schirm hast. Weil die werden eh nur Dinge bewusst, die du sowieso in dir trägst. Ja, wie Ängste zum Beispiel. Doch sind sie aufgeschrieben, erscheinen sie danach leichter. Und es können dann auch Antworten geliefert werden, die diese Ängste dann relativieren. Dann trägst du es nicht mit dir rum und versuchst, dagegen zu kämpfen und möchtest es gar nicht anschauen. Sondern es ist dann schwarz auf weiß auf dem Blatt. Das ist ja genauso, wie wenn man Schulden hat. Man trägt sie den ganzen Tag mit sich rum und es fühlt sich unangenehm an. Aber wenn du sie schwarz auf weiß hast, dann gibt es auch Lösungsmöglichkeiten, die man dann sehen kann, wie man aus dem Schuldenfall herauskommt. Und das Geheimnis an der ganzen Sache ist nicht, es einfach nur einmal zu machen, sondern öfters zu machen. Umso öfters man mit sich arbeitet, mit seinen Träumen oder dieses Seelenschreiben, desto mehr kommst du wirklich mit dir in Verbindung, mit einer Weisheit in dir, die viel größer ist als all das, was man im Außen sieht. Also die viel weiser ist als all die Bücher, als all die Therapeuten, all diese, ich sag es mal in Anführungsstrichen, wir wichtig tue, die uns hier so zeigen und sagen, wir haben Tipps für dich. Die Tipps, die du dann von dir bekommst, sind viel, viel wertvoller, weil sie echte Antworten liefern. Probier es mal aus. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und bis bald.